Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Outlaws, ja nachdem wir in der letzten Folge erfolgreich die gefälschte ID-Karte von der sechsten Sippe im Club Tarsos gestohlen haben und die uns verfolgt haben durch die ganze Stadt, haben wir es nun auf Schlieros Anwesen abgesehen und da wollen wir jetzt einfach mal hin, denn wir sollen da einbrechen. Da kann ich mich rüberschwingen. Schauen wir mal. So. Wo sollen wir eigentlich hin? Wahrscheinlich hoch. Na okay. Was scheint das anwesend zu sein? Okay. Sicherungspunkt erreicht. Brich in das Anwesen ein. Nach wie vor noch unsere Aufgabe. Hoffentlich klappt das ein wenig besser als beim oder als im Club Tarsos. Nicht runter sehen nix. Na dann. Danion, ich sehe das Anwesen. Äh, wie reich ist dieser Slyro doch gleich? Sehr. Ja, das stimmt wohl. So. Komm, können wir ja. Ist das Stück laufen hier? Sicherungspunkte. Reicht die? Die sind immer recht häufig. Jetzt mal als Frage. Selber speichern? Derzeit nicht möglich. Aber wir können dann demnächst selber speichern. Gut, das ist schon mal für mich ganz gut zu wissen, dass ich nicht, wie bei Life is Strange, was ja parallel läuft, auf Krampf jetzt dann immer soweit spielen muss, bis irgendwo was gespeichert wird. Das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt wahrscheinlich aktuell ist speichern noch nicht möglich. Hoffentlich wird das möglichst bald möglich sein. So. Dann wollen wir mal. Definitiv. Oh je. Oh je. Darüber müssen wir also. Drücke B, um mit Hilfe von Nyx Gegner in der näheren Umgebung aufzudecken. Okay. Man darf uns nicht sehen. So, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da möglichst unbeschadet und vor allem auch unentdeckt hinkommen. Ich hoffe, das ist wie in Assassin's Creed, dass wir in dem Kras ja nicht gesehen werden. Naja dann. So. Einmal fix sie hoch. Da ist jemand. Das ist ganz so gar nicht gut. Das ist ganz so gar nicht gut. So. So. Das hat doch ganz gut funktioniert bis jetzt. Ist das hier der Turbolift? Wahrscheinlich. Datenstift benutzen. Ich hoffe, ich krieg das im Laufe des Projekts noch besser hin. Na, das ging. Das hat erstaunlicherweise recht gut funktioniert. Das ist halt wahrscheinlich auch eine Übungssache. Oh, ein Grobtuch. Okay. Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix. Such den Generator. Nix. Nix kann elektrische Ströme mit B wahrnehmen. Was haben wir denn da? Eine gute Frage. Was gibt es hier? Energiekappen können wir machen. Dann machen wir das doch mal. Das war's. Hoffentlich hat das gut funktioniert. Aber das dürfte das ja gewesen sein. Jawohl, das sieht gut aus. Oh ja. Ja, scheint gerade keiner da zu sein. War das nicht das, was wir am Anfang hier gesehen haben, wo Slyro saß? Hm. Hm. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Ach. Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Wie machen wir das? Nix kann ich ja nicht haben. Darf ich speichern? Nee, ich darf nicht speichern. Mach dich bereit, Nix. Hä? 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 Sie um! Na los! Ich hab sie! Du bist tot! Verstehst du? Ich kann sie sehen! Na ja dann. Warte mal. Ich hab mal ne Frage. Wann war das gerade? Vor zwei Minuten? Dann machen wir das. Also ich dachte, ich muss die so ausschalten, weil ich will jetzt ja nicht, dass das wegen so'n dummen Fehlern. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Slyros Tresorraum. Jetzt klappt's natürlich wieder nicht. Jetzt aber. Gut. Dann. Ich dachte, ich kann die einfach ausschießen, ohne dass was passiert. Anscheinend aber nicht. Okay. Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Was wollen reiche T-Nix? Such den Generator. So. Wir kotzen das Ganze einfach mal ab. Wir haben's ja schnell gemacht. Das war's. Wir wissen also auch, dass da auf jeden Fall Feinde sind. Jetzt halt nur die Frage, wie kommen wir halt jetzt an der Kamera vorbei? So. Nehmen wir nochmal alles mit. Was ist hier passiert? Na, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Achso, das stand da sogar. Wie umgehen wir die Kamera? Nix kann ich halt auch nicht beauftragen, ne? Ablenken. Senden. Kann ich es jetzt mal versuchen. Ach. Da ist der Tobolift. Und natürlich hat er auch ne Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht nach dem Tor vorbeikommen. Hat irgendjemand's Nero benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Wir warten mal noch kurz. Nix. Nix. Fass. Gut. Da braucht man nix sogar gar nicht. Ich brauche ne Ablenkung nix. So. Wo ist die Kamera? Nix. Zeig, was du kannst. Oh. 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 Wir gehen mal in den Nahkampf. Gut. Jetzt haben wir hier schönes. Voll, okay. Schacht kann man öffnen. Dann gehen wir mal hier durch, oder? Schacht werden ja wohl keine Kameras sein. Ah, da sieht man einer an. Datenstift. Gut. Hier ist ausnahmsweise mal keine Kamera. Verhälter öffnen. Okay. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Hier ist ein Schlafzimmer. Hier ist nichts. Gut. Dann können wir ja wieder zurück. Die Kamera ist ja hier ausgeschaltet, ne? Ja. Aber da nicht. Ach, verdammt. Zeit, sie abzulenken. Nix. Wir müssen also weiterhin da sein. Dürft jetzt keiner mehr sein. Bisher dürfte ja wie gesagt keiner mehr hier sein. Zumindest habe ich keinen weiter gesehen. Hm. Hier gibt es noch einen Schacht. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. Hoffentlich zum Generator. Oder ist diese... Oder hinterhin, dann ist... Hinter die Barriere. Sehr schön. Credits. Der Tresorraum hat nach wie vor immer noch... So. Heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwo den Generator finden. Hier auf der Seite ist nichts. Okay. Wir gehen auf jeden Fall hier mal wieder zurück. Heißt, da gibt es irgendwo einen Generator. Die Frage ist nur, wo? Wir waren hier eigentlich schon fast überall, ne? In dem Kühlraum oder dieser Küche hier ist es wahrscheinlich nicht. In dem waren wir auch schon drin. Ah. Das haben wir sabotiert. Und hier waren wir ja auch drin. Hier haben wir noch was. Da hinten irgendwo. Einmal hier. Ah. Das wird sein, denke ich mal. Gut. Die Barriere sollte deaktiviert sein. So. Welche waren jetzt... Nochmal. Ich glaube, hier ging der lang, ne? Jawohl. Einmal hier runter. Einmal hier durch. Und dann sind wir schon gleich wieder... kurz vor dem Tresorraum. So. Na ja, dann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres... funktioniert. Das wird wahrscheinlich mein Lieblingssatz werden. Ich bin im Turbo-Lift. Beeil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist das Liros-Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja. Nur noch mehr Serik-Besch. Ja. Das stimmt was nicht. Hol sie dir Kumpel. Hey! Los, Mist! Die sind hinter uns her! So und oh. Ist das eine Barriere? Natürlich. Das ist eine Barriere. Ah. Fein, sie scheinen ja keine zu sein, weiter. Bin ich voll? Okay. Ah, hier ist nichts. Verdammt. Jetzt. Jetzt. Hört nicht jemand? Wir haben Flasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo. Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere aktiviert, aber die wird nicht lange halten. Wenn jemand... Na ja, dann. Auf Computer zugreifen. Hacken. Äh, schauen wir mal. Hacken. Hacken. Finde die richtige Glyphen-Kombination, bevor die Zeit abläuft. Glyphen ist nicht Teil der Kombination. Glyphen ist korrekt, aber an der falschen Stelle. Glyphen ist an der richtigen Stelle. Im Optionsmenü kannst du die abstrakten Glyphen gegen Zahlen austauschen, wenn dir das lieber ist. Wir können es ja erstmal so versuchen, ne? Ja, okay. Das scheint ja geklappt zu haben. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Ah, komm. Kommt Zliro jetzt? Ist Zliro jetzt im Tresorraum? Was wird passieren? Ist der Tresorraum leer? Okay. Ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Druide. Ah, du bist vom TT8L. Gut. Das Passwort ist Grandio Cha. Okay. Was auch sonst? Hey! Komm zurück! Ich weiß, dass du da drin bist. Grandio Cha. Äh. Hallo? Hm. Ah. Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Ja, ja. Okay. Hm. Machen wir ihn auf. Hm. Na ja, dann schauen wir mal. Oh, hallo. Hallo. Du bist nicht Zerek Bash. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Ach, Sarah. Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Zliro und Zerek Bash. Sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Hm. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Dann hier nicht. Nun. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Das hat ja wieder super funktioniert. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebien. Äh, 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 ich... Naja, jeder fängt ja mal klein an, ne? Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Hey! Was hat sie da verloren? Siehre Mutter? Siehre Mutter? Ja. Ja. Du musst Fero sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek-Bash? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Erschieß sie! Ja. Die Karte liegt eben draus! Ja. Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Einfach rennen, wahrscheinlich. So, hier geht's. Ja, ja. Durch den Schacht. Das macht Sinn. So. Ich will ein Todesmahl an ihr, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Das werden wir ja noch sehen. So. Lockt noch da, oder? Okay. Also hier dürfen wir drauf schießen. Bitte, sei kein Müllschlucker. Ja. Das wäre fatal. Scheint es nicht zu sein. Schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Das kann man so sagen. So. Vor allem haben wir ja kein Geld, nichts bekommen. Das ist ja das Problem. Heißt, wir könnten den Planeten wieder nicht verlassen. Ach, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Nix. Jag es hoch. Ja, das mit der Instruktion hat ja nicht so gut geklappt. Dann machen wir es halt auf die Tour. Da kommt. So. Das hat ja dann doch irgendwie funktioniert. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Ja. Ja. Los geht's. Ach du Scheiße. Ich muss fliegen. Oder muss ich das nur initiieren? Das war etwas knapp. Oh Gott. Ne, ich kann nicht... Kann nicht machen. Schafft. Bring mich hier raus. Oje. Star Wars Outlaws Ja Ich denke damit haben wir die Einführung wohl Abgeschlossen Mehr oder weniger Hoffe ich zumindest Einfach mal Sicherungspunkt erreicht Ja Geschafft Ja Das trifft's ganz gut Komm schon Was zu essen Ne ne neue Kleidung Okay Sieh gut aus Nun Tut mir leid Tut mir leid Ich dachte du gehörst zu denen Zu denen Okay Das Geht ja schon wieder gut los Viele neue Freunde heute Hey Wir Wir müssen das nicht tun Ohne die Beute Gehen wir hier nicht weg Okay Okay Nice Darf immer noch nicht speichern Verdammt Gut dann machen wir es anders Machen wir jetzt hier eine kurze Folgenpause Dann sprechen wir noch mit dem Mechaniker Ich wollte eigentlich nur drei Folgen aufnehmen Und hängen mal nur eine vierte hinten dran Gut Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen Und ich hoffe dass euch die Folge auch Bis hierher gefallen hat Und mich würde es natürlich auch freuen Wenn ihr bei der nächsten Folge von Star Wars Outlaws Ebenfalls Wieder mit am Start werdet Aber bis dahin Ciao Ciao